Spannungen im Mittelmeer Die EU-Regierungschefs haben den Ton gegenüber dem türkischen Präsidenten Erdogan verschärft. Das Vorgehen Angaras bei Gaserkundungen im Mittelmeer sei inakzeptabel. Im Streit um die Gaserkundung im Mittelmeer und Territorialkonflikte in der Ägäis verurteilte der EU-Gipfel Freitagnacht die fortgesetzten illegalen Handlungen der Türkei scharf. Die Staats- und Regierungschefs zeigten zudem ihre große Besorgnis über die fortdauende Inhaftierung von EU-Bürgern in der Türkei. Mit dem Vorwurf der fortgesetzten illegalen Handlungen zielen die EU-Chefs auf das türkische Vorgehen in den Streitigkeiten mit Griechenland und Zypern ab. Im Februar hatte ein türkisches Patrouillernboot ein griechisches Schiff gerammt. Der Vorfall ereignete sich vor einer Inselgruppe in der Ägäis, auf die beide Länder Anspruch erheben. Ein weiterer Streitpunkt ist die Erdgasförderung vor der Küste Zyperns. Türkische Marineschiffe hatten im Februar unter anderem ein Boot des italienischen Ölkonsens Erne gestoppt. Hintergrund ist der Zypern-Konflikt. Seitdem die türkische Armee 1974 und Reaktion auf einen von Griechenland unterstützten Putsch den Nordteil der Insel besetzt hatte, ist die Insel geteilt. Die Staats- und Regierungschef versicherten Griechenland und Zypern volle Solidarität. Sie fordern die Türkei dringend auf, diese Handlungen zu stoppen und die souveränen Rechte Zyperns zu respektieren, seine natürlichen Ressourcen in Übereinstimmung mit EU und internationalem Recht zu erforschen und zu nutzen. Zudem wird eine Normalisierung der Beziehung zur Republik Zypern verlangt. Seit dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei geht die Regierung von Präsident Erdogan massiv gegen Gegner und Kritiker vor. Tausende Menschen wurden inhaftiert, unter ihnen auch EU-Staatsbürger. Die Gipfelerklärung verwies nun auch auf die Festnahme von zwei griechischen Soldaten, die Anfang März bei einer Patrouille an der Grenze auf türkisches Gebiet geraten waren. Am 26. März ist erstmals wieder ein Treffen von EU-Spitzenvertretern mit Erdogan im bulgarischen Warner geplant. An ihm nehmen unter anderem EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jan-Claude Juncker teil. Dabei wird es unter anderem um die Bereitstellung von weiteren 3 Milliarden Euro für die Versorgung von Syrien-Flüchtlingen in der Türkei gehen. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.